Ja also neben mir sitzt jetzt Lenny Fontana und Altino. Hi Lenny! Hallo, wie geht's dir? Fein! Altino übersetzt jetzt die folgenden Fragen und Antworten. Lenny, bist du das erste Mal jetzt in Deutschland? Du bist das erste Mal in Deutschland? Das erste Mal. Das ist sehr interessant. Ich glaube, Deutschland ist neu zu dieser Haus-Szene, zu dem Sound amerikanischer und britischer Garage-Musik. Bist du enttäuscht, dass heute so wenig Leute da waren? Ja, ich fühlte mich, dass ich eine gute Vibe bekomme. Ich arbeite für die Leute. Und wenn die Leute nicht da sind oder sie nicht in die Leute sind, dann ist es schwierig für einen DJ zu gehen und zu spielen. Du hast ja auf Azuli Platten gemacht und auf Strictly Rhythm. Wo machst du eigentlich hauptsächlich deine Platten? Es ist nicht nur ein Label, das ich wirklich Produktion mache. Ich arbeite mit verschiedenen Labeln. Ich schaue meine Materialien. Und die beste Person, die ich fühle, dass ich den Rekord arbeiten kann, bekommt den Rekord. Könntest du dir vorstellen, auf Peppermint eine Platte zu machen? Es wird gesprochen. Ich werde diesen Rekord für den Rekord für den Rekord, den Musti produziert. Ich werde es re-mixen und es geben mir meine Vibe. Weißt du schon für was? All ich weiß, es ist Roy Ayers playing Vibes. Ich weiß nicht. Es ist wie ein Vocalhook und es ist das Vibes Sound. Das Roy Ayers ist bekannt für, weil er live Vibes spielt. Und ich werde es ein Mystical Journey. Das ist ein Tipp, das wir alle an in Amerika an dem Moment sind. Deutschland ist immer zu sein, dass es hart ist. Der Myth ist, dass Deutschland Techno und Deutschland Techno sind die commerciale Dance-Musik von diesem Land. Es ist sehr gut, wenn du diese Musik interessierst. Ich hoffe, dass diese Musik hier aufhört wird. Ich denke, dass die Leute aufhört werden, um die Musik wirklich schnell zu machen. Wir brauchen eine Veränderung. Es ist schon seit vielen Jahren der gleiche Styl der Musik, die in diesem Land spielt. Glaubst du, dass Techno auf die Hausleute hier mehr Einfluss hat als Haus aus den Staaten? Nein, das hat es nie. Es war eine sehr kleine, sehr kleine Sache. Es hat versucht, sie versucht und versucht. Sie versucht, zu commercialen gehen. Wie sehen deine Pläne aus? Was für Platten wirst du in nächster Zeit machen? Außer die Peppermint-Scheibe? Gibt es noch etwas Neues auf Azuli oder auf Strictly oder auf Must at Work? Was wird meine neue Sachen tun? Ja, ja. Ich weiß nicht. Es ist schwer zu sagen, weil du nicht wirst, bis du in ein Studio wirst. Du wirst nie wissen. Ich glaube nicht, dass jeder von uns wissen. Bis du da sitzt und starten zu schreiben. Hast du nicht irgendwie ein paar neue Kontakte bei der Miami Winter-Konferenz geknüpft? Ich ging nicht. Nein. Er war nicht da. Er war nicht da. Ich war zu busy. Ich arbeitete auf Mixen. Mein Hauptjob in diesem Moment ist, zu remixen einige der besten Gruppen in der commercialen Pop-Welt. Und sie machen cool, damit die Leute, die wie ich, spielen können, diese Rekorde zu ihrer Gruppe spielen. Könntest du dir vorstellen, so einen Mix zu machen, wie Ever From Breath of the Girls Missing? So Todd Terry-mäßig? Nein. Warum? Weil das ist eine einmaligende Sache. Und das ist nicht mein Styl. Mein Styl ist eher ein auflörendes Typ von Vocal. Das ist nur etwas, wo die Rekorde eine Sache macht, und die Vocal ist da. Es ist nicht so sehr, dass das Rekorde durchsichtig ist. Das Rekorde nicht immer passiert. Es ist zu fangen. Es ist nicht so sehr, dass es zu fangen. Die Radio und der Presse und alles macht es fangen. Das Rekorde war ein Untergrund. Und ich hatte die Rekorde nicht gefangen. Ich habe immer noch nicht gefangen. Ich habe die Vokal gut. Es ist einfach nur die Träcke. Es ist nichts wirklich zu tun. Es ist gut für was es, aber es ist nicht mein Rekorde. Ich habe nie gespielt. Es geht es. Bis zum nächsten Mal. 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 Bye. Bis zum nächsten Mal. Bye. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Out loud, listen to my cry, I plea, help me, Mother Earth. Out loud, listen to my cry, I plea, help me, Mother Earth. Guten Abend, ich bin Lenny Fontana und mein Mann, High Spendel, und wir rocken. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 Good evening. You're with Lenny Fontana and my man High Spendial, and we're rocking. You're with Lenny Fontana and my man High Spendial, and we're rocking. You're with Lenny Fontana and my man High Spendial, and we're rocking. We'll be Lenny Fontana and my man High Spendial, and we're rocking. We'll be Lenny Fontana and my man High Spendial, and we're rocking. We'll be Lenny Fontana and my man High Spendial, and we're rocking. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schreibt mir einfach und vielleicht noch ein paar nette Zahlen, was euch hier ganz gut gefällt oder was euch nicht ganz gut gefällt an der Sendung. Also anrufen ist nicht, schreiben oder faxen. Wen es alles so schnell ging, da kann ihr beim offenen Kanal anrufen, denn die geben euch auch die Postadresse durch. So, das ist genau 20 Uhr und 37 Sekunden. Gleich gibt es Thomas Adi mit AccessiFM. Wir hören uns in 14 Tagen wieder, ganz normal mit ganz, 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 ganz neuen Platten. Und genießt auch den Rest von Manny Fontana in dem Mix. Habt eine gute Zeit, bis in 14 Tagen. See ya! Chris 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 Michael Jesus quasi Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017